Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Blade & Soul Grundlagen-Videos hier auf meinem YouTube-Kanal. Und diesmal widmen wir uns einer zweiten Runde den Berufen. Allerdings mit einem, ja diesmal etwas anderem Ziel. Beim letzten Mal ging es um das Grundlagensystem. Wie funktionieren Berufe? Was muss ich beachten? Wie läuft dies und jenes ab? Nun aber konzentrieren wir uns darauf, welche Berufe gibt es, welche Berufe machen was und wie sehen die Berufe im Hinblick auf Early und Endgame aus? Also wie ist die Nützlichkeit dieser Berufe? Dazu sei erstmal vorneweg gesagt, es gibt sieben Crafting-Gilden, so könnte man das nennen, oder Sammel-Gilden und sieben Sammel-Gilden und sieben Crafting-Gilden. Also sieben Stück kümmern sich, die ersten sieben kümmern sich grundsätzlich um die Beschaffung der Materialien. Die nächsten sieben verwerten das Ganze. Ihr könnt in jeweils zwei Gilden sein, zwei Sammel-Gilden und zwei Handwerks-Gilden, Verwertungs-Gilden, je nachdem wie ihr das nennen möchtet. Und das sieht halt folgendermaßen aus. Ihr habt hier oben die beiden Sammel-Gilden und darunter die beiden herstellenden Handwerks-Gilden. Und gerade auf diese Handwerks-Gilden kommt es an. Ja, beim Sammeln, das ist immer so eine Sache, da geht es halt hauptsächlich darum, Materialien zu beschaffen. Hier allerdings könnt ihr tatsächlich auch was daraus herstellen, was Brauchbares, was Greifbares, was, was sich eventuell sogar auch verkaufen lässt. Dementsprechend konzentrieren wir uns natürlich auf die letzten sieben in diesem Guide. Es sei aber vorneweg gesagt, welche sieben es tatsächlich zum Sammeln gibt. Das sind einmal die zwei, die ihr hier schon seht. Die Holzfäller und die Allianz der Feiernsteller. Erste Sorgen für Holz, zweite für Fleisch. Dann haben wir die Fischer, die logischerweise für Fisch sorgen. Die Steinmetze, die sich um Steinmetz-Dinge so ein bisschen kümmern. Dann haben wir eine Gruppe, die Juwelen sammeln kann. Das wäre dann Nummer fünf. Dann haben wir den grünen Daumen und ganz zum Schluss die Kräuterkundler. Das sind so die sieben Berufe. Nagelt mich jetzt nicht auf den hundertprozentigen Namen fest, weil ich das Ganze in so einem Mischmasch aus Englisch und Deutsch aufgezogen habe. Aber das ist so ungefähr das, was ihr wissen müsst. Das sind die sieben Genen, mit denen man Sachen sammeln kann. Das Schöne ist, man kann die Dinge direkt verbinden. Natürlich kann man direkt die Sachen sammeln, die man später auch in einem Handwerksberuf tatsächlich braucht. Und ja, durch die sieben gehen wir jetzt mal zuallererst durch. Kümmern wir uns mal um die beiden, die ich ausgewählt habe. Feine Delikatessen macht den Anfang. Feine Delikatessen sorgt für Essen. Logischerweise lässt der Name auch schon vermuten. Dabei gibt es erstmal grundsätzlich die Bällchen. Die Bällchen sind dazu da, um außerhalb des Kampfes Lebenspunkte zu regenerieren. Das ist fürs Early Game ganz angenehm. Man muss allerdings auch sagen, und das ist so ein bisschen das Problem dieses Berufs, man bekommt relativ viele Bällchen auch übers Spiel selbst. Gerade so zu Anfang, die ersten zehn Level, hat man da so ein bisschen Mangel dran, hatte ich so das Gefühl. Aber wenn man dann in den Bereich kommt, wo man im Dorf Jadestein die ersten Berufe lernen kann, da habe ich das Gefühl, fehlt es dann nicht mehr an diesem Buff Food. Das Schöne ist, und Buff Food ist auch schon so ein bisschen das Stichwort, wenn wir Richtung Endgame schauen, es gibt auch noch ein bisschen was, was uns da erwartet. Unter anderem kann man Drachenblut regenerieren. Dieser sogenannte Revitalisierer. Wenn man das in Dungeons tatsächlich benötigt, in denen Drachenblut zur Verfügung steht, kann das ganz hilfreich sein. Auf der anderen Seite hat man auch später tatsächliches Buff Food, das einem dann innerhalb des Kampfes mit kleineren Buffs unterstützt. Dazu gibt es noch solche lustigen Truhen mit Nahrung, die man, glaube ich, auch handeln kann, und wo dann eben dieses Buff Food drin ist. Da haben wir zum Beispiel Knurrhorn-Fleischklopps der Durchdringung. Da wird auch relativ klar, was sich dahinter versteckt. Da haben wir des Lebens, der Genauigkeit und kritische Nahrung. Also für eine erhöhte kritische Trefferschance. Das ist also das, worauf hauptsächlich feine Delikatessen abzielt. Und während sie so im Bereich Level 1 bis 20 sehr, sehr nützlich sind mit den Bällchen, fallen sie im Bereich 20 bis, ja, ich würde so ungefähr sagen, Stufe 45, 50 sehr, sehr stark ab. Im Endgame hilft dann das Buff Food wieder ein bisschen. Es soll aber tatsächlich gerade auf koreanischen Servern so unglaublich günstig zu kaufen sein, dass feine Delikatessen auch keinen großen Wert im Endgame hat. Also dementsprechend würde ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, feine Delikatessen ist eine nette Sache, wenn ihr sehr, sehr häufig sehr, sehr viele Lebenspunkte verliert, dann ist es definitiv eine nette Ergänzung. Grundsätzlich gehört es allerdings nicht zu den Berufen, auf die man unbedingt schauen sollte. Gehen wir zum Wärter der Seele. Das kümmert sich hauptsächlich um die Soul Shields, die Bagua, was übrigens näher am Original liegt, meiner Meinung nach, als eben das englische Soul Shield. Die Bagua sind halt deshalb fürs Early Game ganz interessant, weil man sie eben verwenden kann, um seine eigenen Bagua aufzuwerten. Ja, das gibt dem Ganzen schon mal einen gewissen Nutzen, sage ich mal, im Early Game. Es gibt allerdings auch einen großen Nutzen im Endgame. Und, na gut, hier seht ihr nochmal alles, was da so an Bagua möglich ist. Dieser große Nutzen, das sind diese hier, Steine der Verwandlungen aus Mondwasser. Mondwasser. Mondwasser ist, ja, so ziemlich das Endgame-Gebiet aktuell. Und zur Herstellung dieses, oder diese Steine der Verwandlung aus Mondwasser, braucht ihr zum Aufwerten eurer Waffen, zum Beispiel. Und davon braucht man ziemlich viel. Und das ist dann halt auch die Chance, wo ihr mit Wärter der Seele an relativ viel Gold kommen könnt. Also ihr habt ein gutes Early Game, um eure eigenen Bagua aufzuwerten. Und ihr habt ein super gutes Endgame, um ein bisschen Gold zu scheffeln. Eben über diese Steine der Verwandlungen aus Mondwasser. Ihr braucht sie zum einen selbst und spart damit Geld. Zum anderen könnt ihr sie aber auch später dann noch im Handelsposten verkaufen. Also grundsätzlich, Wärter der Seele, lohnt sich, ja, auch auf die gesamte Sicht gesehen. Dann haben wir als nächstes Mary Potters. Also der Beruf zum Herstellen von Pötten oder, ja, so Schüsseln, Schalen, so das Ganze drumherum. Das ist deshalb interessant, da man, ja, man braucht permanent diese Schalen, Schüsseln und ähnliches. Zum Beispiel brauche ich auch als Wärter der Seele diese Gegenstände. Ja, ich brauche sie für feine Delikatessen später ganz genauso. Also Mary Potters, so heißt es im Englischen, ich müsste mir jetzt mal einmal ganz kurz angucken, wie das Ganze im Deutschen heißt. Das müsste ich hier ja auf der Map tatsächlich irgendwo erkennen können. Sollte ich? Ja, oder auch nicht. Wahrscheinlich ist es doch da oben, nee, das ist feine Delikatessen. Wahrscheinlich ist es ein Stockwerk darüber und deshalb sehe ich es jetzt nicht vernünftig. Wir können gleich noch mal gucken, wie das genau auf Deutsch heißt. Aber ich denke, ihr habt schon verstanden, was sich dahinter verbirgt. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr nützlich, weil es halt immer Gegenstände herstellt, die man auch im Endgame noch benötigt. Zudem hat es die Möglichkeit, sogenannte Winstride-Quest-Items herzustellen. Also es gibt bestimmte Items, die man für die Quests braucht, die eben dieser Beruf herstellen kann. Also sowohl im Early-Game als auch im Endgame ein recht nützlicher, allerdings, und dessen muss man sich immer bewusst sein, auch recht teurer Beruf. Dann haben wir die Earthseers. Auch hier muss ich gerade gleich mal wieder nachgucken, wie das Ganze auf Deutsch heißt. Die Earthseers stellen unter anderem diese Entsiegeltalismane her. Und sind deshalb unheimlich gut im Early-Game. Weil gerade da fehlt einem halt dieser Entsiegeltalisman sehr, sehr häufig. Man probiert Gegenstände zu entsiegeln und stellt dann fest, okay, ich habe diesen Talisman nicht. Muss dann teilweise für 10, 12 Silber bei einem Händler zuschlagen. Und das umgeht man halt, wenn man diesen Beruf ausübt. Ich hätte vielleicht noch mal bei allen so ein bisschen die Kombination sagen können. Für die Earthseers braucht ihr ja so ein bisschen die Blumenpflücker, nenne ich sie jetzt einfach mal, und die Fischer als Gilden. Für die Wärter der Seele, die ich hier habe, braucht ihr die Holzfäller und auch die Fallensteller-Allianz. Für Mary Potters sind grüne Daumen und Holzfäller sehr, sehr hilfreich. Und für meine Nahrung, also hier für feine Delikatessen, brauchte man grüner Daumen und Holzfäller, wenn ich mich hier nicht ganz vertue. Also eben diese Earthseer sind sehr, sehr gut im Early Game, um eben diese Entsiegeltalismane herzustellen. Das Problem ist, in Richtung Endgame bleibt halt nicht mehr so richtig viel für diesen Beruf übrig. Also gerade so in den Level-Bereichen 15 bis 30, 40 sollten die Earthseers sehr, sehr hilfreich sein, später dann nicht mehr so richtig. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die herstellenden Berufe und da habe ich immer so ein bisschen das Problem mit, was passiert oder braucht man das tatsächlich? Dazu zählen für mich zum Beispiel die Forge Keepers, diese Schmiedegruppe, die war hier unten, wie heißen die genau? Kriegsstahlschmiede, heißt diese Gilde und damit kann man halt zum einen Waffen herstellen und zum anderen Repair-Tools, also diese, die Reparaturwerkzeuge, die ihr hier seht. Reparaturwerkzeuge bekommt man relativ häufig, meiner Meinung nach, im Spiel selbst gedroppt und Waffen braucht man halt überhaupt nicht. Man rüstet generell sowieso diese Hongmun-Gegenstände auf und wertet diese dann tatsächlich auch auf. Dementsprechend sehe ich sowohl im Early als auch im Endgame keinen großen Nutzen in dieser Kriegsstahlschmiede. Selbiges gilt auch so ein bisschen für mich mit dem Radiant Ring, also auf Deutsch der Goldschmiede des strahlenden Rings, denn auch hier werden halt hauptsächlich Accessoires hergestellt und Schlüssel. Schlüssel sind vielleicht nochmal eine nützliche Sache, wenn euch die Schlüssel in irgendeiner Art und Weise ausgehen. Ich würde aber eher anfangen, Low-Level-Dungeons täglich zu laufen und dann die Drohnen nicht zu öffnen, allerdings die Schlüssel zu behalten. Man kriegt immer einen Droh und einen Schlüssel dazu und dann einfach den Schlüssel behalten. Damit farmt man wahrscheinlich viel schneller und effektiver den Schlüssel, als das tatsächlich mit den Ringen oder mit dem Beruf für die Ringe möglich ist. Ja, ganz zum Abschluss haben wir dann noch, also auch hier wieder, für die Ringe braucht man logischerweise die Juwelensammelnden und auch die Steinmetze als Sammelberufe und für die Forge Keepers, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber das können wir gleich mal nachgucken gehen. Ich hoffe, ich kann damit noch ohne Probleme interagieren. Bräuchte man sicherlich auch die, was haben wir denn hier genau, die Schürferunion und auch die Steinmetze. Also selbige Berufskombination wie auch bei den Ringen. Ja, bleibt zum Abschluss tatsächlich nur noch der Beruf, der sich mit Heiltränken befasst. Auch den kann man sicher aneignen. Der Beruf erschließt sich mir auch noch nicht so ganz. Es soll wohl im Endgame ein paar Tränke geben, die ein bisschen interessanter sind, aber Heiltränke hat man halt auch im Earlygame genug. Es hat einen gewissen Cooldown, sodass man die eh nicht alle rauswerfen kann. Also bin ich mir gar nicht so sicher, wofür man diesen Beruf dann tatsächlich auch braucht. Ich gucke jetzt hier mal, ich finde hier immer noch nicht meine Berufe, um euch zu sagen, wie die Earths hier zum Beispiel auf Deutsch heißen. Hier Bagua Kunsthandwerker haben wir, das habe ich ja selber schon, feine Delikatessen, Goldschmiedestrahlen rings. Okay, ich hätte mir vielleicht tatsächlich noch mal die deutschen Namen rausschreiben sollen. Ich habe halt diesen Deutsch-Englisch-Mix jetzt gerade so ein bisschen begonnen, was gar nicht mal so gut ist, aber ich hoffe, ihr versteht trotzdem, worauf ich hinaus will. Also, vielleicht so als kleines Fazit, was das Ganze angeht. Sehr, sehr nützlich. Vor allem im Earlygame sind die Earthseer und ja, auch so ein bisschen die Soulwarden, also die Wärter der, wie heißt das wirklich? Wärter der Seele? Ja, Wärter der Seele. Wärter der Seele haben zudem einen unheimlich großen Fokus aufs Endgame. Also, da könnt ihr grundsätzlich eigentlich nichts mit falsch machen. Dann haben wir natürlich auch feine Delikatessen, recht hilfreich, wenn man häufig aufs Maul bekommt. Vor allem halt im Earlygame, später dann gar nicht mehr. Die Forgekeepers und auch die Ringe sind so eine Sache. Kann man machen, muss man allerdings nicht. hat vor allem Richtung Endgame keinen großen Nutzen. Und dann haben wir etwas, womit ich halt immer noch nicht so ganz grün werde und das sind halt die Tränke und ganz zum Abschluss Mary Potters, der meiner Meinung nach interessanteste Beruf, weil er halt immer gebraucht wird, aber eben auch sehr teuer sein kann. Also, das ist so ein zweischneidiges Schwert, sage ich einfach mal an dieser Stelle. Ja, das war die Übersicht zu den Berufen. Wie gesagt, die Kombinationen habt ihr schon gehört. Die, nochmal ganz zum Abschluss, die Sammelgilden, die man hat, das waren halt Grüner Daumen, das war die Allianz der Feinsteller, das waren die Holzfäller, das waren die Steinmetze, die Schürferunion, ähm, ho, das ist immer schwierig, wenn ich das aus dem Kopf heraus mache. Äh, die, die, die Schürferunion hatten wir schon, ne, das sind fünf, die ich jetzt gerade zusammenbekommen habe, die Fischertruppe und die Kräutersammler, wie auch immer die Kräutersammler nochmal genau richtig heißen. Das sind die sieben Sammelgilden. Eine gute Kombination, äh, wenn man halt Berufe wählen möchte, wäre zum Beispiel, das ist halt auch meine Kombination, die Wärter der Seele und, ähm, auch so ein bisschen feine Delikatessen, wobei das, glaube ich, nicht die perfekte Kombination ist. Also Wärter der Seele braucht ja sowohl Allianz der Feinsteller als auch die Holzfäller. Ähm, es gibt allerdings, glaube ich, keine andere Kombination, die genau das Gleiche benötigt, wenn ich mich nicht, äh, vertue. Ja, ich mach das jetzt, das mach ich jetzt gerade wirklich tatsächlich voll aus dem Kopf. Ähm, grüner Daumen und Holzfäller bräuchte man zum Beispiel für Mary Potters? Nein, das hilft nicht. Also, ja, das ist auch eine Option, die man natürlich machen könnte. Man könnte Mary Potters und die Soul Wardens nehmen, also die Wärter der Seele und dann hätte man zumindest die Holzfäller gemeinsam und muss sich dann entscheiden, ob man, je nachdem, grüner Daumen oder Allianz des Feinsteller, der Feinsteller mit dazu kauft. Das Ganze werde ich auch nochmal, wenn auch mit ein bisschen Verspätung auf mmo-sanker.de posten, sodass ihr euch das Ganze in Ruhe nachlesen könnt. Ja, ihr habt allerdings jetzt eine grobe Reihenfolge von Berufen, die nützlich sind und von Berufen, die eher weniger nützlich sind. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, beantworte ich diese natürlich unter dem Video wie gewohnt und hoffe, dass ich euch ein bisschen damit helfen konnte. Wenn ja, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren und bis zum nächsten Mal.